Wir sind eine globale Firma mit R&D Offices in Russland und Deutschland. Wir sind Headquarter in Switzerland. Wir sind stolz, dass etwa 80% unserer Technologien in-house sind. Wir wissen, dass Porsche sehr hohe Standards in Design und Qualität hat. Und wenn wir diese Standards matchen, werden wir unsere Head-up-Displays zu anderen Auto-Manufacturers geliefert. Porsche steigt im Rahmen der Series C-Refinanzierungsrunde jetzt bei V-Ray als strategischer Lead-Investor ein. Die Gesamtfinanzierungsrunde beträgt 80 Millionen US-Dollar. Und Porsche investiert neben Hyundai, neben JVC Kenwood, Alibaba, China Merchant Capital und weiteren Fonds im Aktienportfolio. Die V-Ray-Lösung bietet einen deutlich kleineren Projektionsraum. Das heißt, ich kann das in alle Fahrzeugtypen installieren, unabhängig von der Innenraumgestaltung. Mit dieser Technologie erwarten wir dann natürlich auch, unsere digitalen Services und Dienste weiter ausbauen zu können. Die V-Ray-Lösung 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 Vielen Dank.